So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal RamsesderDicke, eine kleine Infofolge. Nochmal auch als Erinnerung an morgen, denn morgen findet eine Forschung, ein Forschungstag statt in Pokémon GO. Ich habe letztens schon ein Infovideo darüber gemacht, als es frisch rauskam. Hab das Infovideo dann wieder gelöscht, hab mir gedacht, das sind zu viele Infos auf einmal, um euch nicht zu verwirren. Mach ich's dann nochmal in Ruhe. Was jetzt aber wichtig ist erstmal, unser Maskottchen. Hey, heute ist nämlich Juni, ein Infovideo im Juni und wir wissen ja alle, Maxi Hipp hat die Raidmania gewonnen. Giratina, Schein Giratina ist das Maskottchen, was er sich gewünscht hat für den kompletten Juni, was uns jetzt begleiten wird. Wenn ihr das Kanal-Maskottchen bestimmen wollt für einen Monat lang, müsst ihr nur die Raidmania gewinnen. Und um die Raidmania zu gewinnen, müsst ihr bei der Raidmania mitmachen. Also guckt euch meine Raidmania an, immer Mittwoch, 18 bis 19 Uhr, dann wisst ihr vielleicht, was das ist. Beim bevorstehenden Forschungstag Gold-Suche ist alles Gold, was glänzt. Normalerweise geht der Spruch her, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Sie punkten hier ganz schön hoch und sagen, es ist alles Gold, was glänzt. Bei dem Event zumindest. Meiner Meinung nach, aber trotzdem ist eben doch nicht alles Gold, was glänzt, das sagen sogar die Katzen ja. Als ich das letzte Infovideo darüber gemacht habe, habe ich mich erst gefreut und dann kam ich zu dem Entschluss, dass ich dieses Event wohl einfach gar nicht spielen werde. Ich werde morgen sowieso Rates für Zuschauer machen von 10 Uhr an, vielleicht eine Stunde, vielleicht zwei Stunden, je nachdem wie viel ist. Mit Selve, für die Leute, die den Selve-Pokedex-Eintrag noch brauchen, schaltet morgen ein. Am Sonntag das Ganze dann mit Tobuts, aber ab 13 Uhr, weil vorher gibt es keine Rates davon, wegen den Zeitzonen. Und wenn ich schon tagsüber streame für das andere, das hier, was für mich eigentlich nichts bietet, was ich brauche und einfach nur, keine Ahnung. Ihr seht, die Katzen sind nicht begeistert, ich bin nicht begeistert, deswegen morgen werde ich wohl Pause machen, werde dieses Event aussetzen. Danke trotzdem an den anonymen Spender, der mir ein Ticket dafür gekauft hat, was ich gar nicht wollte, was ich in dem letzten Infovideo ja auch schon gesagt hatte, dass ich das gar nicht, aber dann war das Video ja wieder weg. Ich weiß immer noch nicht, wer das Ticket gekauft hat, wenn ihr das wisst, schreibt es mir in die Kommentare. Aber um was geht es jetzt eigentlich? Forschungstag, Goldsuche. Normalerweise finde ich Forschungstage ja cool, da da immer ein bestimmtes Pokémon im Vordergrund steht, was neu als Shiny eingeführt wird, man erstmals als Shiny bekommen kann, man verschiedene Forschungsaufgaben löst, die man an den Pokestops bekommt, man dreht eine Fotoscheibe, kriegt eine Aufgabe, löst das, hat eine Begegnung mit diesem Pokémon und dann hat man die Möglichkeit, das Shiny zu bekommen. Meistens geht das drei Stunden, wer die drei Stunden durchspielt oder auch nur eine Stunde spielt, hat meistens sowieso trotzdem schon das Shiny bekommen, was er möchte, weil es ja nur ein Pokémon gibt. Dann gab es ja die anderen Variationen während der Koronis, dass jeder die gleichen Möglichkeiten hat, ihr habt also im Heute-Tab einfach eine Seite an Aufgaben, die ihr erledigen könnt. Dann kommt die nächste Seite, die nächste, nach zehn Seiten war dann Schluss. Und ihr hattet drei Stunden Zeit, diese zehn Seiten abzuarbeiten, jeder hatte also die gleichen Encounter, die gleiche Anzahl an Encountern und egal, ob ihr Stops habt oder nicht, konntet ihr eigentlich spielen. Mittlerweile ist es ja leider wieder, ihr müsst einen Stop drehen, wenn ihr nur einen Stop habt, dann könnt ihr halt nur eine Aufgabe machen, ist halt schade. Aber, naja, ich fand, man hätte ja das beibelassen können, dass man diese Aufgaben hat, die man abarbeiten kann. Und trotzdem auch, wer unterwegs ist und rumläuft und in Stops dreht sich nochmal zusätzliche, meinetwegen, dann hätte jeder aber irgendwie die Möglichkeit zu spielen. Jetzt packen sie das erste Mal fünf verschiedene Pokémon in diesen Forschungstag rein. Ich meine, da ist Raupi dabei, das finde ich eigentlich sehr cool, das ehrt mich ja. Dann Carpador mit Mega-Entwicklung, richtig stark. Zobiris kriegt eine Mega-Entwicklung, interessant vielleicht für manche. Und dann Nasen genäht und Schmerbe. Alle Shinies von denen sind Gold, Golden, aber... Weiß ich nicht. Für mich ist da jetzt... Da ist nichts Neues dabei. Und für mich ist da auch an sich kein Highlight dabei. Deswegen würde ich das morgen vielleicht einfach meiden und was anderes dann noch hochladen, weil ich einiges noch vorbereitet habe. Was aber cool ist, dass es morgen wieder goldene Poke-Stops gibt. Und zwar ohne das Zutun eines Gold-Log-Moduls könnt ihr goldene Stops sehen. Und die drehen und so Poke, also nicht Poke-Münzen, aber diese Gierspenst-Münzen bekommen. Wer also ein Gierspenst hat und das noch nicht entwickeln konnte, weil er nicht genügend Gierspenst-Münzen hat, hat er die Möglichkeit, während dieses Gold-Suche-Forschungstages Gierspenst-Münzen zu bekommen, indem er goldene Stops einfach dreht. Was ihr nicht bekommen könnt, ist trotzdem Gierspenst, denn das spawnt weiterhin nur an einem Gold-Log-Modul. Und das auch nicht garantiert, sondern ganz, ganz selten. Ihr könnt trotzdem, wenn ihr goldene Stops habt, dabei hinlaufen, die drehen, euch freuen, dass ihr ein paar Münzen abgreift. Ist also eigentlich ein schönes Thema, abgestimmt. Goldene Shinies, goldene Stops. Wilde Pokémon gibt es natürlich auch hier. Honlio, Knufensa, Fivien, Barmelin, Schallquap, Schnuthelm, Veluasi und mit Glück auch Schlurbat, Sumaril. Aber auch hier nichts Neues dabei, auch kein neues Shiny. Und an sich auch nicht die krassen, heftigen Pokémon. Ich wüsste jetzt nicht, was hier sonderlich heraussticht. Sumaril nutze ich in der Superliga oft. Das ist noch cool, aber alles andere ist für mich eigentlich nutzlos. Dann gibt es die befristete Forschung. Wie ich gesagt habe, könnte man für einen Dollar kaufen oder halt sich schenken lassen oder wie auch immer. In dieser befristeten Forschung müsst ihr Feldforschungsaufgaben erfüllen, um mehr besonderen Pokémon eurer Wahrheit zu begegnen. Das heißt, es ist wohl dann verzweigt. Ihr habt eine Forschung. Könnt vielleicht dann wählen, dass ihr hauptsächlich Raupis haben wollt. Und dann aus dieser Forschung nochmal immer ein paar Encounter zusätzlich kriegt für Raupi oder irgendwas. Also wenn euch ein Pokémon hier besonders gut gefällt, könnt ihr wohl dessen Aufgaben ein bisschen boosten, dass ihr mehr Begegnungen mit dem habt, zusätzlich zu den normalen Stops, die ihr eigentlich dreht. Bringt für mich aber keinen Reiz, weil ich die Pokémon ja hier eigentlich, naja, nicht brauche. Auch nicht, wenn ich sie dann noch mehr habe. Und ansonsten war das eigentlich schon alles, was es dazu zu sagen gibt. Deswegen für mich morgen einen Tag, den ich ruhig angehen lasse, ich meine Self-Rates mache. Es liegt an euch, wie lange wir die morgen machen. Theoretisch könnten wir drei Stunden machen, damit ihr dann noch eine Stunde Zeit habt, euch auf den Forschungstag vorzubereiten. Und wenn nach einer Stunde Feierabend ist, habe ich aber auch nichts dagegen. Also Samstag ab 10 Uhr, Self-Rates für Zuschauer. Sonntag ab 13 Uhr, Torboots-Rates für Zuschauer. Wer einen Wesprit braucht, der kann auch in beide Streams reinkommen und muss das halt dazu sagen, dann kann ich bestimmt auch jemanden in den Wesprit reinschmeißen. Ansonsten schreibt mal eure Meinung rein zum Forschungstag. Goldsuche werdet ihr spielen. Was ist euer Lieblings-Pokémon von denen, die hier aufgelistet sind? Wovon braucht ihr noch einen Shiny? Das war es jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.